Das ist doch eine alarmierende Sache, das will ich nicht. Darum forschst du ja, weil man nicht weiss, was es ist. Du bist Mitglied der Wissenschaftskommission und du kämpfst doch für die Wissenschaft und für die Bauern. Die SVP lässt sich von der FDP einschüchtern. Aber sie wissen noch nichts von dem. Das ist einfach nur am Hinternsack. Die Kartoffeln sind gekocht. Er kann nicht verlieren. Er lernt davon. Es ist schon alt, um zu lernen. In den 90er Jahren ist er auf der Blase der Neue Economy und jetzt ist er auf der Blase. Jetzt ist er von Lauf. Das machen wir im Plenum. Ich habe gehört, dass etwas in Ruhe ist, wenn man einen Eintrittensantrag, also auf bürgerliche Seite. Wenn etwas nur nach Gentechnologie duftet, nur ein Duft, dann ist das schon vom Teufel. Das ist schon vom Teufel. Le scrutin est ouvert. Sie können stimmen.